Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, vorab sei wie in jedem Video gesagt, das ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann immer nur meine persönliche Meinung. Und falls du in eine Aktie investieren möchtest, dann informiere dich bitte immer selbst und investiere auch nur das Geld, was du wirklich zur Verfügung hast und nicht gerade für Lebensmittel, für Miete oder Sonstiges benötigst. Ja, heute das Depot-Update für den 1. November, ein neuer Tag im Monat und auch eine neue Woche, denn heute ist Montag und ja, es ist eigentlich relativ gut losgegangen bei mir. Also ich war hier teilweise 0,86% im Plus, dann gegen 15 Uhr, na nicht mal gegen 15.30 Uhr, gegen 14.20 Uhr ging es hier schon los, ist es auf einmal ganz abgestürzt auf 0,46 runter, dann nochmal ein bisschen im Plus gewesen gegen halb sechs und ja, jetzt gerade bei einem kleinen Minus von sieben Euro. Schwankt natürlich immer so ein bisschen jetzt, aber ja, letztendlich wird es wahrscheinlich bei Plus, Minus, Null rauskommen, außer es passiert noch irgendwas großartig im Verlauf des restlichen Tages, aber so sieht es erst mal aus. Ja, gucken wir uns hier auch die AMC Entertainment Aktie an, das interessiert mich natürlich auch immer. Heute gut im Plus mit 3% oder 90 Cent, also eigentlich ja, den ganzen Tag nur schön im Plus gewesen, hier fast bei 32 Euro, hier sogar, also bei der Eintagesspanne sehen wir bei 32,02 Euro war sie sogar. Und ja, was gibt es hier sonst noch so, die beliebtesten Aktien, die sich ja irgendwie scheinbar nie ändern. Amazon heute abgeschmiert, Apple sieht auch ähnlich aus, Microsoft auch so und Alphabet auch, also mein Zweitdepot weint gerade, also da ich diese Aktien bis auf Microsoft ja auch in meinem Zweitdepot habe, bei der Konsorsbank. Ja, ansonsten Alibaba ist super gestiegen hier, 3,32 Euro, 4,70 Euro, auch hier wird von Analysten natürlich weiterhin, also weiterhin gibt es hier eine Kaufempfehlung von 48 Analysten, sagen 92% kaufen und die höchste Schätzung liegt hier sogar bei 287 Euro, fast schon eher 288 Euro, ja, bleibt natürlich sehr, sehr spannend. Ist ja aber auch, also dahinter in Klammern steht ja ADR, was das genau ist, hatte ich schon mal in einem Video, ein kleines Extraerklärungsvideo gesagt, falls ihr das nicht wisst, dann schaut da gerne mal vorbei oder, ja, informiert euch woanders, wie auch immer. Ähm, ja, ansonsten Paypal hatte ich ja auch mal im Depot, liegt bei unter 200 Euro wieder. Was haben wir hier noch? Johnson & Johnson, auch gesunken, 0,71 heute. Ähm, McDonalds, auch interessant, 2,22% heute plus gemacht bislang, geht gut nach oben. Und, ja, die Altria, auch nicht wirklich viel passiert, wie sieht es eigentlich bei der Telekom aus? Ah, okay, die Woche, ja, gut, wenn man sich das so anguckt, naja, ein Unternehmen, wo ich jetzt nicht unbedingt rein investieren würde. Ja, gucken wir auch nochmal auf Pfizer, auch ein kleines Minus, die letzte Woche auch im Minus und der letzte Monat hier ein bisschen im Plus. Das Jahr, gut, man sieht es hier, war auf jeden Fall im August deutlich höher, hatte das All-Time-High wahrscheinlich da. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ein anderes Unternehmen, welches heute auch das All-Time-High erreicht hatte, ist Tesla, aber das gucken wir uns gleich mal an. Hier sehen wir einmal ein bisschen, was ist im grünen Bereich oder eigentlich die, also die überwiegenden Aktien sind im grünen Bereich hier. Es gibt natürlich auch welche im negativen Bereich, schauen wir uns mal an. Biontech heute ein kleines Minus von 2,81 Prozent, 6,80 Euro, somit hier seit fünf Tagen nur noch am sinken. Hatten sich ja eigentlich wieder recht gut erholt, aber ja, jetzt geht es wieder nach unten los, das ist die falsche Richtung auf jeden Fall. So wie hier, das möchte ich sehen, das finde ich gut. Mal gucken. Im August lief es ja relativ gut, bin mal gespannt, jetzt auch, vielleicht hat es Auswirkungen, diese Booster-Impfung und so weiter. Und auch die Impfung bei Kindern, vielleicht könnte das gut aussehen und sich auf den Aktienkurs auswirken. Je mehr Schlagzeilen ist eigentlich immer gut, also wenn es positive Schlagzeilen sind. Hier gab es heute die Meldung, vor sieben Stunden rund 55,5 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Das sind doch schon mal gute Neuigkeiten. Dann eine andere Meldung, Streit über Wege zu mehr Impf-Auffrischung, ja, ist natürlich, ja, die Meinungen gehen natürlich sehr weit auseinander bei sowas. Ich persönlich denke, dass es auf jeden Fall natürlich eine persönliche Entscheidung ist und man die auch respektieren sollte und niemanden verurteilen sollte. Wenn man sich nicht impfen lässt, also ich kann das Argument natürlich auch verstehen, dass man vielleicht Angst hat vor den Langzeitfolgen, aber grundsätzlich finde ich es natürlich persönlich besser, wenn man geimpft ist. Aber wie gesagt, muss jeder selbst für sich entscheiden. Monat, ja, wie gesagt, ein kleines Plus, hatten wir uns ja schon angeguckt. Dann Tesla und oh mein Gott, was geht bei Tesla ab? Es ist einfach immer, es geht immer weiter nach oben. Hier 44 Euro heute alleine. Wir sehen hier die Eintagesspanne. Der Wert lag heute bei 1028 Euro. Und mit meiner einzelnen Aktie, ja, bin ich 97,54 Prozent im Plus. Und natürlich ärgert es einen, wenn man dann überlegt, dass man ja eigentlich, wie viele Aktien hatte ich von Tesla? Fünf oder so? Wäre natürlich schön gewesen, aber so ist das nun mal. Ich bin jetzt mit einer natürlich auch super happy, dass ich so viel hier im Plus bin. Mein Bayern liegt ja bei 511,50 Euro. Ja, die Woche ist natürlich extrem, der Monat auch. Und ich glaube, oder ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass in Grünheide, also bei Berlin, das noch gar nicht eröffnet hat. Die wollten es ja eigentlich erst im Herbst eröffnen. Also das Tesla-Werk haben es dann immer verschoben. Ich weiß gar nicht, wann aktuell der Zeitpunkt ist. Ja, mal gucken. Aber vielleicht passiert dann auch noch mal was. Aber mal gucken, wann es ja auch mal wieder ein bisschen bergab geht, weil das ist doch nicht mehr normal, oder? Seit einem Monat 52 Prozent. 346 Euro. Ja, das Jahr 196 Prozent. Also Wahnsinn. Okta, ein kleines Minus. Ist nicht viel passiert. Insgesamt jetzt hier 25 Euro Minus. Lockheed Marken, auch ein kleines Minus. Insgesamt hier auch. Beko Group, ehemals Selling, war eigentlich den ganzen Tag im Plus. Vier Prozent heute auch hier. 20 Prozent insgesamt im Plus. Die Allianz, auch den ganzen Tag im Plus gewesen. Kann ruhig so bleiben. Fünf Prozent hier insgesamt im Plus. Hier freue ich mich natürlich auf die Dividende, die es nächstes Jahr im Mai wahrscheinlich geben wird. Gehe ich mal schwer davon aus, wenn jetzt hier in den letzten drei Jahren auch die Dividende immer im Mai gezahlt wurde. Ja, bei 9,60 Euro pro Anteil. Mit zwei Aktien ist das auf jeden Fall schon mal einiges und freut mich natürlich. Fade Therapeutics, 7,45 Prozent, 3,44 Euro. Insgesamt hier aber noch 14,38 Prozent im Minus. Nel Azar war auch den ganzen Tag im Plus. 7,77 Prozent heute. Und auch hier über 127 Euro im Plus oder 52 Prozent. British American Tobacco, ja, nicht wirklich was passiert. 6,24 Prozent im Minus. Auch hier müsste es genau eine Dividende wieder geben. Nämlich 63 Cent pro Anteil. Also kommt da auf jeden Fall auch noch was auf mich zu. Dann Fiverr. Ein kleines Plus, aber insgesamt im Minus. Carnival hatte einen guten Tag mal wieder, aber hier bin ich noch im Minus insgesamt. Redfin sieht auch schön aus. Insgesamt hier 10 Euro im Plus. Walt Disney, ja, hier einmal einen Peak gehabt. Gegen 15 Uhr. Sonst nicht viel passiert. Morgen werden hier übrigens, by the way, auch wieder die Sparpläne ausgeführt. Facebook, ein kleines Plus insgesamt hier auch. Visa, ja, das ist alles. Oder bei den Sparplanaktien passiert ja an sich nicht so viel. Zalando, ja, wieder über 80 Euro. 8,88 Prozent, aber immer noch im Minus hier. Novo Nordisk heute auch einen Minustag gehabt, aber hier bin ich richtig zufrieden mit 19 Prozent. Dann BlackRock, ja, 10 Prozent hier und Adobe insgesamt hier 12,4 Prozent im Plus. Ja, nicht investierter Betrag von 139,45 Euro. Das liegt natürlich daran, dass eben, wie gesagt, morgen die Sparpläne ausgeführt werden. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Irgendwie momentan habe ich so wieder die Gedanken, vielleicht springst du doch auf noch ein paar Dividendentitel. Ich hatte ja sonst Mainstreet Capital beispielsweise als monatlichen Dividendenzahler. Ja, weiß ich alles noch nicht. Ist auch wirklich sehr wechselseitig. Also ist hier wirklich keine Strategie oder irgendwas hinter, zumindest nicht in diesem Depot. Ja, ansonsten gab es heute auch schon ein Update von meinem Scalable Capital Depot. Habe ich auch hochgeladen. Schaut da auch gerne vorbei, falls euch das interessiert. Dort bespare ich drei ETFs. Und ja, ansonsten würde ich sagen, abonniert gerne den Kanal. Würde mich extrem freuen. Ich glaube, wir brauchen noch 30 Abonnenten circa zu den 2500. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis dann. Vielen Dank.